In diesem Video schauen wir uns an, wie wir ein zweites Objekt erzeugen und dessen Position verändern können. Da ein Zoo mit einem Tier etwas langweilig ist, werden wir ein zweites Tier zu unserem Programm hinzufügen. Tippe dazu auf das Plus-Symbol links unten in der Hauptansicht. Wir gehen wieder zur Medienbibliothek und wählen diesmal einen Luchs aus. In der Hauptansicht siehst du nun, dass wir zwei Objekte haben. Schauen wir uns mal an, wie das in unserem Programm ausschaut, indem wir auf den Play-Button drücken. Oje, wir haben jetzt zwar beide Objekte im Programm, doch leider sind sie übereinander. Das werden wir jetzt ändern. Gehe zurück zur Hauptansicht und tippe auf den Luchs, um zur Objektansicht zu kommen. Damit nicht beide Objekte übereinander sind, wäre eine Möglichkeit, den Luchs an einer anderen Stelle des Bildschirms zu platzieren. Wenn das Programm startet, soll der Luchs an einer anderen Position sein als unser Panda. Wir brauchen somit wieder den Baustein Wenn Programm startet, den wir unter der Kategorie Steuerung finden. Um die Position unseres Objektes zu verändern, müssen wir unter Bewegung gehen. Dort gibt es unter anderem den Baustein Sätze an Position. Tippe auf diesen Baustein und platziere ihn unterhalb von Wenn Programm gestartet. Unter der Schrift Sätze an Position siehst du x und y mit dazugehörigen Werten. Da diese Werte wieder unterstrichen sind, bedeutet das, dass wir sie verändern können. Doch was bedeuten eigentlich diese Werte? Dazu müssen wir einen kurzen Ausflug in die Mathematik zum sogenannten Koordinatensystem machen. Ein Koordinatensystem besteht aus zwei Achsen. Der waagerechten x-Achse und der senkrechten y-Achse. Mit Hilfe des Koordinatensystems können wir Punkte mathematisch beschreiben. Sehen wir uns dies an einem Beispiel an. Wie gelangen wir zu dem aufgezeichneten Punkt? Wir starten immer in der Mitte des Koordinatensystems, auch genannt Nullpunkt. Zuerst einmal gehen wir zwei Schritte in die x-Richtung. Nun müssen wir noch drei Schritte nach oben, also in die y-Richtung gehen, um unseren Punkt zu erreichen. Unser Punkt hat somit die Koordinaten x ist gleich 2 und y 3. Wie schaut es mit diesem Punkt aus? Hier müssen wir vom Nullpunkt zuerst drei Schritte nach links gehen und dann zwei Schritte nach unten. Unser Punkt hat somit die Koordinaten minus 3 für x und minus 2 für y. Das gleiche Prinzip gilt auch für Pocket Code. Auch hier gibt es ein Koordinatensystem und standardmäßig werden alle Objekte im Nullpunkt platziert. Wenn wir unseren Looks nun anders platzieren möchten, müssen wir seine Koordinaten verändern. Wir wollen unseren Looks direkt über unseren Banner setzen und müssen dementsprechend die Koordinaten ändern. Tippe zuerst mal auf die Zahl bei x, um zum Formeleditor zu kommen. Setze diese Zahl auf 0 und tippe dann auf die Zahl neben y. Verändere diese Zahl auf 600. Tippe auf OK, um die Auswahl zu bestätigen. Wenn wir jetzt unser Programm anschauen, sehen wir, dass der Lux oberhalb des Banders platziert ist. Um das Koordinatensystem zu sehen, tippe auf Zurück und unter Steuerung auf Achsen ein. Für x hatten wir den Wert 0 und für y 600. Das Objekt befindet sich somit auf der y-Achse auf der Position 600. Mit Koordinaten richtig umzugehen ist sehr wichtig, da wir das in Zukunft öfter brauchen werden. Ganze mit Koordinaten. Vielen Dank.